So Leute, grüßt euch und weiter geht's bei Gartner Bandband 2. So, schauen wir mal. Wie gesagt, sorry, dass es nicht so richtig super flüssig ist und alles, aber echt nicht ganz okay. Aber das ist ja, da war dieses Spiel, was viel kann, geht leider einfach nur eine miserable... ...naja, halt, ne? Performance halt. Ja doch, aber wir sind jetzt richtig. Wir müssen jetzt hier wieder hin, genau. So, weil wir müssen nämlich jetzt... ...warte, nee, ich glaube, ich habe mich geirrt. Nein, ich habe mich tatsächlich geirrt. Wir müssen doch nicht da hin, wir müssen. Warte, wir müssen mal nachgucken. Stimmt, hier ist ja immer eine Blei... Ja, natürlich. Ich glaube, hier sind wir noch... Ja, da, da ist die blaue Tür, da müssen wir hin, genau. Sorry, Leute, ich habe euch auch ein bisschen vergessen. Ja, stimmt, sieht ihr, blaue Tür? Ja, genau, doch, richtig. Und so, hier geht's weiter. Ich bin sehr gespannt, was hier nochmal war. Achso, hier sind wir jetzt. Perfektens, jawohl. Gut, dann bin ich wieder so gut wie da, wo ich schon stehen geblieben bin. Ne, nur habe ich halt dieses Video, das lässt man euch auch noch nicht veröffentlicht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt fast dort, wo ich schon war. Und dann, ja, weiß ich selber auch nicht mehr, was ist dann so alles noch weiter, wo es zukommt. Da bin ich halt auch, wir haben mal dann schon wieder im Prinzip gespannt. T-t-t-t-t-t-t-t. Wöppala! Wöppala! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zwölf! Blablabla! Das kann ich warten mit euch! Ja, beruhig dich! Ich glaube, ich eile das Gesicht, aber ich sage es euch, Leute. Meine Fresse, ich kann doch sowas wieder nicht warten mit. Können wir mal kurz ein bisschen herrücken. So, perfekt. Also, hä? Und jetzt, let's go, steht. Boah, Jonas, reich. Das ist gut, ich weiß. Ich habe doch so gut. Bist du nicht mehr? bluling, bluling bluling, bluling, bluling so bluling, bluling 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 Warte mal, was ist schon nicht hier lang? Läh ich mach besser oh warte mal, dort ist der richtige, korrekte Weg bluling, bluling so ist nämlich viel was hätte mitnehmen natürlich langsam langsam was so das nicht immer so riskant springen was soll das hat du sollst dich mal benehmen am besten ja nicht immer so riskant jetzt ein nur ist nur fun es ist für dich lebs wird mir das mal was kulturellen ja ring 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 oh yes So Let's go Okay Mann, mit Hanan, was passiert jetzt? Ja, äh, hä? Ah ja, es kommt jetzt genau das, was ich dachte, genau Da, wo ich auch stehen gebleiben war, richtig Wunderschön, nicht wahr, Leute? Lecker Nein, Leute, lasst euch nicht beirren Das ist noch nicht das Ende des Spiels Nein, ist nicht die Finale Nein, 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 nein Lass dich bitte nicht täuschen Ist nicht die Finale Nein, 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 nein Ist das dazugegangen? Jetzt kommt Da, der hoch Hier können wir eh nicht hin Wir sollen da auch gar nicht hin Zu dem Fahrstuhl Weißt du, einen neuen Tag Lies einfach selber, Leute, dann fertig Ich glaube, ich bin da like, ich bin da Tolle Ich bin Das ist alles, was ich gesagt habe. Wenn du mir gesehen hast, dann wirst du mir nicht vertraut. Ich weiß es. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht lief zu dir. Und das ist, dass ich wissen, warum du hier bist. Du bist hier für deine Kinder. Ich auch bin, ich arbeite für sie, wenn du nicht glaubst. Aber jemand anderes hat sie. Jemand viel stärker als du, als du mit mir gehst. Das ist das, was ich zu sehen. Du musst gehen. Es ist ein Elevator in der Pillar Birds Walkway. Geh es und wir sprechen wieder. Du bist ein schlechtes Student. Abwarten! Abwarten! Ich hab nur abwarten! Lauf weiter! Du bist ein bösen Student. Ich schaue dir! Ich schaue dir, dass du ein Bösen zerstört. Du bist ein Böse. Im Böse. ... ... ... warte wie soll das gehen oder muss ich das schon vorher irgendwie ok ok leute und hier wieder stehen gewesen oder das weiß nicht wie muss er das bitte gehen bitte wie bitte muss das funktionieren merkwürdig aber war schon richtig ich habe ich trotzdem noch dabei ist so so Du, das geht doch nicht! Das kann nicht warten, ey! Ach, ich muss das einaktivieren, dann kann ich das... Ach, ja, jetzt habe ich verstanden. Leute, mein Fehler, jetzt habe ich das verstanden, was ich da machen muss. Ich muss das einaktivieren und dann schnell das andere und dann da durch die Tür gehen. Ach, das ist das Problem gewesen. So funktioniert das, habe ich... Ach, das hatte ich echt nicht mehr gedacht. Mein Fehler. Ja, schon gut. You've been a bad student. Let's go! Ja, schon gut. So, ich war richtig. Äh... Jetzt hab ich wahrscheinlich... Also voll... Ich weiß mal, dass mit dem X-Bau ich so sehr noch eingehend ist... Da hingehen... Zack... Und dann... Was? Scheiße, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch einfach nicht! Hä? Okay... Ich versteh nun wirklich nicht, wie es funktionieren soll... Keine Ahnung... Hm... Das funktioniert nämlich irgendwie überhaupt einfach gar nicht... Keine Ahnung, ich versteh... Ich werde gleich mal in die andere Richtung laufen... Mal gucken, was da ist... Vielleicht soll ich auch dort gar nicht gehen... Vielleicht ist auch dort ein... Ja... Ich glaube aber Leute, dass dort ist eher eine Falle, habe ich das Gefühl... Ja, ich werde gleich mal sehen... Aber ich vermute mal gleich, dass dort... Dass das da schon eher eine Falle ist... Dann bin ich mal hier da... Oh, fuck... Das war noch... Okay, das war da doch keine Falle... Jetzt bin ich wirklich in die Falle gelaufen... Das kann ja wohl nicht wahr sein... Ach... Ach... Ja, aber wie... Wie muss ich das denn dann da machen? Das versteh ich nicht... Hm... Ich weiß aber echt nicht, wie ich das da... Was ich... Hä? Hm... Ja... Ich glaube, ich weiß... Er schlechte den Boden ein... Der Boden kriegt ein Loch... Und dann... Jetzt habe ich... Leute, jetzt habe ich glaube ich... Jetzt glaube ich weiß ich... Waaah... Ja komm, Alter Wohler... Komm, Alter Wohler... Wohler... Waaah... Mal mit Rheinland... 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 Das ist mich erwischt. Das kann nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Ach, der... Hä, wann kommt die Faust... Wann bitte kommt die Faust runter? Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt... Aktivieren. Und dann hingehen. So war halt dieser Vogel, das ein XP tritt. Boom. I know. Yes, I know. Ja, jetzt habe ich es echt verstanden. Oh Leute, jetzt haben wir es gleich. Noch einmal mag ich jetzt nicht den Fehler. Ruhig wiederum. Spanien ist doch wohl noch nicht am Kreis wieder, ne? Nicht wie in Dummheit oder so, ne? Also... Was ist das denn für eine Scheiße? Das gibt es doch. Wir gehen doch gut durch. Wir sollen ja nicht mit dem Ding... Boah. Fuck. 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 Ich habe auf das dämliche Ding gedrückt und das hat gar nicht reagiert. Scheißdreck nochmal, das skippt es doch nicht. Das hat auf einmal gar nicht reagiert, der Knopfverkackt nochmal. Mann, das skippt es doch nicht. Noch ein Versuch, der Hitcheat. Wo ihr noch schreitst, guck, ihr schon mal schnau. Also das ist etwas, ein Part, der wahrscheinlich... Also eine Sache, die wahrscheinlich ein paar Parts brauchen wird. Weil das geht mir ja irgendwie nicht so einfach hin. Irgendwie... Klappt das ja nicht so einfach. Ja, du bist auch böse. Lass mich zufrieden. Ein ungeheuer Ding. Na, ist jetzt gut. Ist jetzt gut, habe ich gesagt. Was geht es? Wie, das kann nicht sein. Das kann... Ja, weil das... Also so langsam, ne, habe ich keinen Bock mehr. Das gibt es doch gar nicht. Die Stelle kannst du gar nicht schaffen. Ich verstehe, ich verstehe dir scheiß da nicht. Der Vogel muss, so denke ich, man muss aus X gehen oder nicht. Und dann knallt es doch, oder was? Ja, komm, halt die Fresse. Dann soll ich hingehen, aktivieren, dann sagt der Hinschel und warten, oder was? Dass jetzt nicht, dass wirklich so einfach ist. Weil, etwa echt so einfach, kann echt sein, dass ich es so verhauen habe. Ja, komm. Was ist das hier hingehen? Ja, das war das. Das war's. Ha! Und die Karte, die gelassen. Na, wer sagst du denn? Das war also echt so einfach? Ach, ich bin doch ein Vollfossen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh. Ja, das war echt jetzt. Also so blöd kann man doch nicht sein, wie ich das jetzt war. Ich glaube, damit ist das zweite Teil durch. Kann das sein? Ich glaube, damit haben wir den zweiten Teil durchgespielt. Kann das sein? Nein, weil jetzt geht es wieder weiter runter, wie im ersten Teil. Oh, mal gleich gucken. Nee. Es ist jetzt nicht dunkel. Äh. No matter do not go down here. Geh hier nicht runter. Wo ist jetzt schon wieder los? No matter what do, what do not, geh nicht hier unten hin. Okay, ja, es war das jetzt nicht. Das ist das, ja. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Cool. Es ist viel anlackert. Also Leute, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und dann bis gleich zu Garten auf Bandband3. Was da ist, weiß ich natürlich auch nicht. Bis gleich.